Eine vollständig renovierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin-Mitte. Das im Jahr 2004 erbaute Haus verfügt über sechs Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1180 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.